Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Herzlich Willkommen zum Challenge Sunday. Wir starten heute einen neuen Versuch durch die Purist Challenge zu absolvieren. Das heißt, wir müssen, ich glaube das Herz war es, ja, Mums Heart bzw. It Lives besiegen und das Ganze ohne Items und ohne Item Rooms. So, wie ich das sehe. Das heißt, wir müssen sehr gut durchschlagen und auf gute Boss Drops hoffen und vielleicht den einen oder anderen Secret Room mitnehmen. Und in der Hoffnung, dass da dann vielleicht das ein oder andere Item drin sein könnte. Danke fürs Reinschieben, danke. Hallo Pride, Mensch. Blend doch mal ein paar Trollbomben, hm? Was hältst du denn davon? Genau, so hier, so ein bisschen weiter rechts die Richtung. Schön, die Spinnen alle kalt machen. Dankeschön, vielen Dank. Ace of Clubs. Ja, okay. Wenn wir mal Bomben brauchen, können wir das benutzen. So. Noch eine Batterie. So. Noch eine Batterie. So. 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 Soweit, so gut Den nehmen wir auf jeden Fall mit Hätte jetzt natürlich auch der Small Rock drin sein können Das wäre noch schöner gewesen aber so haben wir immerhin eine extra Bombe bekommen So Sorry, dass ich übrigens den kompletten Raum gerade überhaupt gar nichts gesagt habe Aber hart konzentrieren Keinen unnötigen Damage einfangen Vor allem, wenn es so eng hergeht Aber ich hoffe, dass es okay Wenn ich mal so Phasen habe, wo ich mich wirklich einfach einfach nur konzentriere und dann kriegen wir das So, jetzt kann man direkt mal gucken, ob wir hier vielleicht nicht den Secret Room rechts haben, auch in Ordnung Der ist oben, okay Ein Curse Room Ein Curse Room wäre schon wieder fast interessant Da kann halt auch guter Stuff drin sein Haben wir ein Herz noch rumliegen Wir hätten theoretisch ein Herz rumliegen Wir haben auch hier noch eine Kiste Mit Fates Hallo Okay Der Curse Room ist gestrichen Außer wir verlieren das Eternal Heart Das kam unerwartet Okay Zweimal Monstrum Da hilft uns eine Flugfähigkeit natürlich jetzt nicht unbedingt Okay Das war Auch nicht so geil Der Raum war viel Zeug Als dass das in irgendeiner Weise sinnvoll ging Komm schon Huh Okay 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 Binky Memories Willkommen noch ein Soul Heart Tears Up Okay Das war alles andere als geil gerade Aber So weit So gut Da guckt man rein Und wir bekommen den Rune Bag Weg Das ist schon nice Das hat sich schon gelohnt Meiner Meinung nach Da guckt man hier noch kurz rein Okay Was bekommen wir hier Okay Wir machen folgendes Pass mal auf Wir nehmen diese Bombe Ich hoffe dass das Das sich jetzt auszahlt Wir werden es rausfinden Planten hier die Bombe Und bekommen So viele Münzen Dass sich der Shop lohnt Wir sind immer noch In der ersten Ebene Das ist gut Und wir bekämen Curse Immunity Wir können uns aber Auch die Tarot Cloth holen Und die denke ich Ist fast geiler The Tower Und wir setzen jetzt Die Karten und Runen Doppelt ein Wir haben den doppelten Effekt Heißt bei einer Jera Vierfachen wir Items Das kann gut werden Kann Und wir haben den Runenback Also so unwahrscheinlich Ist die Jera Rune halt nicht Schritt für Schritt Ein weiter Ein Herzchen Das Ist schön Da ist irgendwo ein Daim gewesen Den habe ich genau gehört Das war ein Nickel Irgendwo war ein Daim Komm schon Nicht War ich nur Nickel Schade Und zuerst ist Trinket Fetal Protection Wenn wir auf ein halbes Herz runterfallen Dann Spawn für den Raum Little Steven Ist absolut okay Noch mehr Geld Das ist sehr sehr gut Da wir nur eine Möglichkeit haben Irgendwie in Items zurückzukommen Und das in diesem Fall Aber Auch eher Nicht so geil ist Jetzt komm halt her Mann Okay Okay Wir bekommen eine Map Das ist okay Die nehme ich sehr gerne Dazu könnten wir uns noch ein bisschen mehr Geld holen Okay Hätte ja auch sein können Dass wir In der Rune Getoppte gekriegt Eine Degas Die wir doppelt einsetzen Das ist halt auch Richtig stark Und hier kann eigentlich auch der Super Der Secret Sein Mit noch mehr Münzen Für den nächsten Shop Ich kann mich nicht beschweren Ich kann mich immer sehen Okay Noch eine Degas Auch absolut in Ordnung Dann kommen wir hier sogar noch In diesen Und da ist auch schon die Yera Das ist gut Das ist Gott Geht weg Okay Eine Pathrow Eine Ansis Noch eine Ansis Eine Elsis Okay Ähm Kann man verwenden Die Pathrow Wir können die Pathrow Natürlich benutzen Beim Boss Aber ich hätte sehr gerne Eine Yera Mitgenommen Einfach schon aus dem Grund Wir können auch hier In der Theorie Die Pathrow Benutzen Und bekommen Mama Mega Hm Das klingt gar nicht mal so Verkehrt Muss ich zugeben Die nehmen wir mit Und Kämpfen jetzt erst mal Gegen die vier Kollegen Hier Ich kann es Okay, wir kriegen einen Herzcontainer, den wir hoffentlich gleich wieder ausgeben können. Leider nicht direkt. So, verklaps. Was haben wir hier noch? Okay. Also jetzt langsam aber sicher. Oh, dann kriegen wir Virus. Komm schon, du gibst mir eher was. Alter, was? Dann kriegen wir nur Bullshit. Was ist das denn? Wieso habe ich den Turfklaps eigentlich gerade nicht einfach eingesetzt? Ich glaube, das weiß ich selber nicht so recht. Ähm. Die Yara behalten wir. Wir haben alles gesehen. Wir holen uns noch das Herz da oben. Beziehungsweise. Das ging etwas schneller. Okay. Dann gehen wir runter. Die Turfklaps hätte ich definitiv noch einsetzen sollen. Das war dumm. Zugegeben. Aber ansonsten. Jawohl. Vielen Dank. Noch mehr Geld. Wir brauchen noch einen Schlüssel und müssen den Shop finden. ein Glück, dass wir fliegen können. Das erleichtert manche Räume so ungemein einfach. Wir sind immer noch bei vollen vier roten Herzen. Das ist doch auch schon mal nett. Eine Joker-Karte. Okay. Die können wir mal aufbewahren. Falls wir keinen Raum am Ende kriegen. Aber ganz ehrlich, die Yara liegen lassen weiß ich halt auch nicht. Alter, jetzt hör doch auf zu spawnen Danke. Stirb einfach. Bevor wir in irgendeiner Weise eine Pille nehmen, kriegen wir zumindest zuerst den Ruhm. Am Ende ist es noch eine Tele-Pille und dann ist erst mal ganz schlecht. So. Nein. Nein. Okay. Weder noch. Beides nicht so geil. Aber, na gut. Das ist wie ein super Raum. Da freue ich mich doch. Richtig. Richtig. Hallo. Jetzt kommen wir doch mal her. Mein Gott. So. Das war unser erstes halbes Herz-Damage. Das wir uns selbst zugefügt haben. Wir nehmen mal den Joker mit für die Dauer der Ebene. Nicht, dass wir aus Versehen noch die Yara droppen. Da droppen wir aus Versehen lieber den Joker und sind so immerhin in einem Teufelsraum. Nein, also noch eine One Makes You Large will ich wirklich nicht. Eigentlich suche ich primär den Shop. Das wäre schon ganz geil an sich. So, eine ANSYS-Karte. Das ist doch gut. Wir wissen, wo der Super Secret Room ist. Wir wissen auch, dass hier oben der Shop ist. So, willkommen. Noch eine Pille. One Makes You Small. Das nehme ich natürlich sehr gedankt an. Und hier haben wir auch schon ein sehr tolles Item. Nämlich die Broken Watch. Dann können wir den hier noch mitnehmen. Und dann ziehe ich auch hier noch den hier. Gut. Also wir dürfen unsere Yara-Rune definitiv nie vergessen. Es ist ja unfassbar, wie, welch Gefahr in diesem Raum lauert. Vor allem, wenn er noch geslowed ist. Das ist... Wow. Okay, in der Kiste. Mit einer Bombe und noch einer Pille. Okay. Und dann haben wir eigentlich schon alles abgeschlossen und gehen jetzt definitiv zuerst mal zum Boss. The Frail. So, Phase 1. Haben wir gleich geschafft. Das sollte ja kein Problem sein. So, jetzt kommt Phase 2. Phase 2. Das war viel knapper, als es sein müsste. Au. Ja, okay. Poison Touch. The Varys. Okay. Wir kriegen sogar einen Engelsraum. Ja, what the fuck? Okay. Erstmal den hier. Ja, nee. Hm. Ähm. Wir brauchen, glaube ich, den Keepies. Die Keepies sind hier unbedingt. Jetzt, wo ich mich wieder auf Teufelsräume befreue, weißt. Kommen wir in den Engelsraum. Das ist ja... So, kleiner ist gut, größer ist nicht so gut. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Die Joker-Karte wäre eigentlich schon ganz geil, aber die... Ähm... Sollen wir das Risiko eingehen? Komm, wir gehen das Risiko ein. Die Kinder gehen das Risiko folgendermaßen ein. Wir gehen runter und gehen instant in den... Teufels- beziehungsweise Engelsraum. Joker. Wie ist da ein Engelsraum? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Und darf ich mir bitte alle aussuchen? Bitte? Nein, okay. Aber dann wenigstens die Seven Seals. Wir hätten den kompletten Key jetzt schon fertig. Warum... Warum kann das nicht einfach ein normaler Run mal so sein? Oh Mann. Aber wir haben die Seven Seals. Das ist meiner Meinung nach ein so starkes Item. Okay, Range Down ist nicht so schlimm. Tja, wir bleiben bei der Elsche Sun... Nö, hallo. Oh, bleib. Ich hab grad original nicht aufgepasst, ob da irgendwas kaputt gegangen ist und ich bin voll in die Träne reingelaufen. Das war nicht so schlau, das weiß ich, aber nun gut. Wir kriegen schon noch mal eine Yera. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So. Wir sind jetzt erwachsen geworden, das ist auch okay. Das ist eigentlich eines der wenigen Dinger, die ich nicht in die Luft jagen wollte. Aber auch okay. So. Wir haben eine Rune gekriegt. Eine Path-Throw-Rune. Das ist ganz gut. Wir müssen aber trotzdem erstmal den Shop finden. So. Two of Clubs. Das können wir jetzt gleich mal einsetzen, bevor wir das Video vergessen. Oh, komm schon. Ja, spawn halt noch mehr fette Fledermäuse. Mann, ist doch gut. Bisschen größer können wir ja sein. Ansonsten. Ich habe gerade vorher schon zwei, dreimal die Situation gehabt, dass ich nicht entscheiden konnte, wer oder was wir gerade sind. Weil die sieben Reiter auch relativ groß sind. Ja, die sieben. Die vier. Fünf. In dem Fall sogar. So. Was kriegen wir denn hier Feines? Eine Hagerlash-Rune. Wir müssen erstmal noch in den Shop. Genau den hier. Okay, kurzer Prozess diesbezüglich. So, dann gucken wir noch da mal rein. Ein Geschenk. Hm. Das hat sich nicht unbedingt gelohnt. Aber nun gut. Wir haben jetzt dafür eine I can see forever und das heißt, wir werden auf jeden Fall in irgendeiner Weise so einen Secret Room finden. Wie den hier zum Beispiel. Und an dem natürlich ganz viel Geld verspielen. Oh, leid. Ich habe es noch nicht gesehen. Warum ist hier zu? Weil wir gar nicht rein dürfen. Okay. Fair enough. Aber dann gehen wir direkt runter Richtung Bosskampf. Ich meine, wir haben ja sonst nichts mehr zu verlieren. Full Health oder die Hagerlash? Die Hagerlash brauchen wir eigentlich eher nicht. Wir hätten oben bestimmt noch eine... Wir hatten ja in der Serie noch irgendwo eine Hagerlash-Rune rumfliegen. Wieso gehe ich so nah ran? Ich weiß es nicht. Es ist mir selbst ein Rätsel. Ist auch vollkommen egal. Wir gehen da oben nochmal kurz gucken. Da ist nichts Besonderes. Und dann gehen wir zum Boss of the Fall. Das ist ganz gut. Der kann... Der droppt uns in der Regel ein Devil Room Item. Was im Umkehrschluss bedeutet, es könnte das Pentagramm sein, es könnte das Mark sein. Es könnte auch ein Gubi-Item sein, wie Gubis Tränen, was ganz gut wäre. Oder aber auch... Hallo! Mom's knife! Okay. Das ist eventuellerweise ein sehr, sehr, sehr geiles Item in meinen Augen. Eventuell ist das ganz geil. Und damit haben wir doch definitiv eine Möglichkeit. Definitiv. Definitiv. Wir haben auch so alles gesehen. Das heißt, wir können theoretisch einen runtergehen. Wir haben auch 20 Bomben. Also die Secret Rooms, die kriegen wir auch definitiv alle. So, dann gucken wir nochmal in Necropolis. Erstmal wieder einige Pillen mit dem... Lock up. Okay. Ich hätte mir vielleicht nicht noch kleiner machen sollen, aber das Messer ist schon ein guter Indikator, wo wir gerade so uns befinden. So, Alter, wir können noch kleiner werden. Irgendwann sehen wir uns nicht mehr. Das ist... Und dann kommt die Warfliege wieder daher. Ja, da ist hier unsere Yerra. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Okay. Lock up. Ich nehme natürlich sehr gerne mit. Was haben wir hier noch? Friends... Friends, till the end kann man natürlich auch sehr gerne einsetzen. Yerra behalten wir. Einfach für den Fall der Fälle. Okay, Pathroom Müssen wir natürlich zuerst benutzen Im Shop Potenziell Wir hätten auch in der Theorie So, jetzt sind wir Stumpy Und nicht mal so groß, geil Jetzt war ich sogar noch besser Wo wir sind, das war ganz gut So, hallo Shop Hallo Bibel Will ich dich Eher nicht, oder? Diplopia Bringt jetzt auch nicht so viel Hässlicher Raum Muss man schon mal sagen Okay The Lovers Droppt uns in dem Fall Vier Rote Herzen statt zweien Weil wir die Karte ja Effektiv doppelt einsetzen Noch eine Pathrow Hm So viele Items, glaube ich, haben wir gar nicht Die wir rerollen wollen Alter, die Der einzige Nachteil An den Seven Seals Ist genau der hier Okay Okay Dann machen wir kurz den Bosskampf Brownie Brownie ist zu alt Holy Dann haut der wieder einen raus Okay Okay Wir bekommen Speedups Das hätte ich rerollen können Das hätte ich definitiv rerollen können Das war total dumm Man Okay Kampus, warum, warum bin ich nicht mit der Pathrow-Rune hier reingegangen? Das war auch total dumm Aber egal Wir haben genau das bekommen, was ich haben wollte Ähm Bei Priestess Im Festen nehmen wir noch mit Okay Bad Gas It's like walking on sunshine Hier haben wir die Pathrow-Rune aus Versehen liegen lassen Wobei Speedup natürlich nicht so schlimm ist So, noch ein paar Bomben Ist auch okay Und dann gucken wir hier unten nochmal ganz kurz Und jetzt würde ich schon riskieren Die Chance, dass in In zwei von drei Tonnen ein Item ist Ist gegeben Wir droppen jetzt die Yerra Hm? Yerra Dann haben wir sehr viel von dem ganzen Stuff Item Schaden Okay Was noch nicht heißt, dass in der roten Kiste kein Item ist Und das wäre schon ganz geil Okay Das war der Virus wieder mal Häusentouch Okay Item Komm schon Schade Wirklich schade Ja Ja, da ist natürlich überall derselbe Shit drin Also wir kriegen sehr viel Luck Lock up Lock up Lock up So, über die Haufen Wow Okay Ein Versuch war es wert Hager Das nehmen wir dann noch mit Und zerstören Irgendwas müssen wir noch zerstören Die hier Was eh egal ist Das Sun Kann man auch noch einsetzen Weil wir die nicht mitnehmen werden Oder auch doch Will ich den Keybomb? Will ich den Keybomb? Ich denke nicht Wir kriegen Black Lotus HP mal drei Also HP ab mal drei Okay Dann haben wir noch eine Bad Gas Pille zum mitnehmen Oder wahrerweise auch Eine Henses Rune Ja Das klingt gut Dann gehen wir runter Und sind jetzt endlich in der Ebene von Mom Und sind sehr Sehr gut ausgerüstet So Wir haben auch noch eine Arcade Wo auch noch Cooler Stuff drin ist In der Theorie Alter Ich hab's mir gerade noch gedacht Das ist total unnötig Dahin zu gehen Aber da war es schon zu spät Okay Drei Bomben für ein Soul Hat Bisschen fair Alter Das kann ja nicht mal ausweichen Mann Das ist halt Da hat mir schon so viel Luck Und dann Trotzdem so Trotzdem noch sowas So ein bisschen größer Bald erreichen wir mal wieder Normalgröße Auch nicht schlecht Wir haben schon so viele Pillen geschluckt Und dieser In diesem Run Das ist schon fast abartig So Das kriegen wir ja diesmal Der Degas Die können wir direkt einsetzen Okay Das war leider nicht so gut Einfach ein Pilz Ist das egal Ja komm Mom Okay Noch eine Also ich glaube Wir hätten schon längst mal Die größte Eine Ratte werden können Wenn überhaupt Zu einem Einzelnen Will ich jetzt nicht untergehen Aber Wir hätten schon Sehr klein werden können Kann ich jetzt sagen Fliege erledigt Das für mich Danke Friends till the end Ja Kleiner und größer Gerne Und Eine Hagalas Au Okay Noch mehr Bomben Ist okay Und Das gibt es doch gar nicht Ja gut Ich würde sagen Wenn das so ist Wenn wir schon Die Blank Card Bekommen Two of Spades So Dann haben wir jetzt 99 Schlüssel Kurzerhand mal Auch in Ordnung So Da wollen wir auch noch rein Wir haben eine Deckerzone Und wir hätten eine Forget Nein 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 Bei aller Liebe Nein Wir kriegen früher oder später Wieder eine Jera Rune Und eine dumme Kiste Wo Stuff drin ist So Ein Böhmchen Moon Feste kann man einsetzen Degas kann man auch einsetzen Und Wir können noch Das können wir auf jeden Fall noch Das hier mitnehmen Das hier einsetzen Und Ich denke definitiv Dass wir damit gebappnet sind Für den Fight gegen Mama Warum Warum läuft denn die Tür Da oben so komisch Oh lol Der Boss Rush Was ist denn heute los Jetzt mal ganz ehrlich Oh oh Gott Das wollte ich gar nicht Das wollte ich doch gar nicht Oh das ging Nochmal schneller Als ich dachte Okay Ähm Eden Soul Was war das gleich nochmal Oh ja stimmt Ja Wir bekommen Items gedroppt Okay Okay Nein der Boss Rush Ist wieder zu Nein Ich wollte auf den Boss Rush Gucken Ach man Okay Mama Mega Hat uns den 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 Boss Rush Sogar Aufgeschehen Aufsprengen können Das ist echt Gut zu wissen Das heißt mit Mama Mega Könnten wir auch Wenn wir zu spät dran sind Trotzdem noch Zum Hush Fight kommen Das ist sehr interessant Das ist sehr interessant Alter Diese Pillen Gut dass wir auch Geld brauchen Ist ja unfassbar Eine Full Health Pille Ich glaube wir haben Wir haben sowas Ähnliches Nur in besser Oh Eine Evers Die können wir In der Zeit Wo wir die Daygas nicht unbedingt brauchen Auf jeden Fall Mitnehmen Und sehr gerne benutzen Alter So viele Bomben Wir brauchen die nicht alle Mann Ah Alter Und da kommt Wieder War daher Das ist ja Ungeheuerlich Okay Ist ja schade Aber hätte ja eh nichts Geholfen Okay Das war So weit Ganz easy Vor allem sind Wer Ist der Raum Geslowt Das ist das Allerschönste Und wir bekommen Noch eine Hagalas Äh Zuerst mal die Evers wieder gedroppt Kann ja immer noch sein Dass wir trotzdem In irgendeiner Weise Die Chance Auf einen Retro Secret Room Dadurch kriegen So Alter Wie viel Stuff Hier gedroppt Das ist so Heftig Oh Mann Oh shit Das Nicht so gut Okay Ähm Iwas Irgendwann Kriegen wir Den Retro Secret Room Irgendwann Das war Viel Knapper Als es sein Sollte Danke Fliegen Ähm Eine Batterie Dann können wir Direkt Äh Oh nein Äh Danke Aber nein Danke So Jetzt können wir uns Bestimmt hier durchsprengen Nach links Tatsächlich Mensch Greed Unfassbar Echt noch rein Das ist auch Also Frechheit Oh Mann Was will ich mir zu viel münzen Das ist die andere Frage Hm Was will ich mit einem Item Was uns mehr Damage gibt Äh sehr viel sogar Dankeschön Und wir bekommen dazu noch Anagellas Eine ICC Forever Pille So Da würde ich sowieso nicht rein Dann Hier würde ich gerne noch rein Sehr gerne Der gibt uns jetzt noch HP ab oder so Richtig Richtig Hallo Jawohl Dankeschön Dann haben wir noch Eine Evers Die ich so benutze Die auffülle Unsere Degas Rune hole Die dann einmal mit der Blank Card Einsetze Und dann Gehen wir zum Boss Fight Irgendwo hier Müsste die sein Ganz unten Okay Degas Das klingt nach einem Plan Die haben wir Die Rune haben wir immer noch Und wir sind fast Full Health Gegen Den Boss aus Utero 1 Sister Bess ist natürlich Eigentlich schon eine Lachnummer In dem Fall Es ist der vierte Oder fünfte Engelsraum Und jetzt sind wir auch noch mal Am Gehörst Ist doch echt Die Prayer Oder The Rally Also ganz ehrlich Übrigens Weil wir Lieber spät als nie Lieber spät als nie So Jetzt haben wir auch Den blöden Schlüssel zusammen Einfach so Oh Mann Ja komm Die Degas Rune behalten Und sagen Tschüss Und gehen Nach unten In die für uns Letzte Ebene Obwohl wir den Schlüssel Zusammen haben Und wir haben Fünf Möglichkeiten Gehabt Und es Es ist traurig Es ist wirklich traurig Wenn man die letzten Tage So In Anbetrachtenden In Relation sieht Wie viel Wie viel Struggle wir damit hatten Diese blöden Key Pieces Zu kriegen Und Und jetzt Jetzt sowas So Wir haben noch mal Eine Kate Die können wir natürlich Gerne benutzen Wenn noch mehr HP ab Wenn wir dann Ich vergaß Ich vergaß Hier kommen Die fliegen Raus Die weh tun Alter Und dann Kampf War Alter Mann Dann laufe ich wieder voll rein So ein bisschen Konzentration Wir haben jetzt Das Relic Wir haben jetzt Schon Das ist okay Wir haben mal wieder Eine E-Bars-Wohne Die nehmen wir derweil mit Kurz vergessen Dass wir fliegen können Das ist Das hat schon Sehr viele Vorteile Das muss man Einfach mal sagen Wir haben hier Aber jetzt wirklich Wirklich Nee Das ist kein Shop Nur sehr viel Damage So Aber wir haben Mehr als nur Genügend Schlüssel Dass wir da auf jeden Fall Reingucken Wir könnten Ebenen neu starten Hm Ähm Haben wir das nötig? Ich denke nicht Ich denke Wir sind eh schon Lang genug In der Challenge Wir werden das Ganze Direkt ohne Noch einmal Die Ebene Neuzuwürfeln Das wäre ein bisschen Zu krass Denke ich Okay Nur zwei Nur zwei Okay Ähm Dann können wir uns kurz Die E-Wars nochmal nehmen E-Wars Hier ins Eck Ähm Das Sieht mir Nach einer Luke In Sheol aus Dabei wollen wir nicht rein Wir wollen eigentlich nur Die Challenge Abschließen Eine Perthrow Ich weiß noch nicht wofür Aber Eine Perthrow So Piep nochmal Als Vorbote Aber Das ist okay Das ist okay Und ganz ehrlich Degas Können wir einsetzen Wir sind full health Perthrow können wir mitnehmen Es geht rein Hallo It lives Ich denke nicht Das Okay Das war Das war gemein Das liebe Freunde War also Die Purity Challenge Wir haben es erfolgreich Abgeschlossen Wir können nochmal irgendwas durchwürfeln Whatever Gleich nochmal Wir haben es geschafft Wir nehmen den Pokal Und sind glücklich Dass wir alle Rebirth Challenges Durchhaben Das war ein sehr erfolgreicher Challenge Sunday So Gucken wir mal The Rune of Bercano Has appeared in the basement Also wohl Die letzte Rune Die wir freischalten können Vielleicht kommen bei den Afterbirth Challenges Noch mehr Aber ich glaube Das war bei den Rebirth Challenges Exklusiv So Gucken wir mal Alles hier abgehakt Die allerersten 20 Challenges Die nächsten sind dann Achtmal XL Speed Blue Bomber Pay to Play Und so weiter Und so fort Auf die da unten Freue ich mich schon sehr Und Ja Nächsten Sonntag Geht es dann Mit der XXXXXXXXXXL Challenge los Ich bin sehr gespannt Was das dann So sein wird Aber die haben wir Jetzt erstmal Abgeschlossen Und ich bin Sehr glücklich Soweit Ich danke vielmals Fürs Zuschauen Ich weiß es hat heute Wieder mal extrem Lang gedauert Aber dafür haben wir Es hingekriegt Die Challenge ist ja Eigentlich nicht so Einfach Die ist schon Herausfordernd Aber wir haben Wirklich sehr viel Glück Mit erstens Boss Drops gehabt Und zweitens Mit Den Shop Items Wir haben die Die Blankkarten gekriegt Wir haben Mama Mega gekriegt Und so weiter und so fort Also Das war schon vollkommen okay Bisschen was Kann man ja auch mal Glück haben Was man sonst so Immer Pech hat Also das war ganz okay Ich danke fürs Zuschauen Ich hoffe es war Streckenweise nicht zu langweilig Zwischendurch Und ihr hattet Spaß Und Ich hoffe wir sehen uns Bald mal wieder Bis dahin Euer Matze Ciao